Es ist ein schöner Abend, um in den Wald zu gehen. Oh ja, ich war lange nicht mehr im Wald. Ah, Hilfe, Mordmonster! Heute gibt es wohl kalte Kinder. Hilfe, was waren das für Monster? Weiß ich auch nicht, das waren irgendwelche Viecher. Ruf die Polizei! Da ist sie ja schon. Was ist denn hier passiert? Kommt mit! Ende Chris Philipp David